Du bist schwanger, draußen ist es warm und auf einmal kriegst du Wassereinlagerungen im Gesicht, an den Beinen, an den Händen und du weißt gar nicht, woher kommt das? Ist das normal und vor allen Dingen, was kann ich dagegen tun? Dann bist du hier genau richtig. Viel Spaß bei der Folge. Eins sei schon mal vorab gesagt, du bist nicht alleine, das beruhigt schon mal ungemein. Es haben viele, viele Schwangeren jetzt gerade in den warmen Monaten extreme Probleme mit Wassereinlagerungen, die unglaublich lästig, schmerzhaft sein können und generell nicht viel Spaß machen. Kleiner Disclaimer vorab, sollte zu den Wassereinlagerungen folgende Symptome kommen, dann solltest du das bitte definitiv und schnellstmöglich bei deiner Gynäkologin abklären lassen. Als da wären ein neu aufgetretener Bluthochdruck, ein Augenflimmern, ein Ohrensausen, gerade auch rechtzeitiger Oberbauchschmerz, eine Eiweißausscheidung im Urin, die du so vorher nicht kanntest. Oder auch ein allgemeines, starkes, neu aufgetretenes Unwohlsein oder all diese Kombinationen dieser Beschwerden können auf eine Präeklampsie oder auch das HALP-Syndrom hindeuten. Hier solltest du definitiv einmal das Ganze abklären lassen. Wenn ich weiß, was eine Präeklampsie ist oder ein HALP-Syndrom, dazu gibt es hier auf dem Kanal auch schon ein Video. Also das einmal vorab, aber und das sei gesagt, die meisten Wassereinlagerungen gerade in den heißen Monaten sind völlig normal und physiologisch. Und warum und wieso das passiert, erkläre ich dir jetzt. Dazu müssen wir erstmal verstehen, was physiologisch mit der Schwangeren passiert, sobald sie schwanger ist. Und das ist ziemlich genial bzw. ziemlich heftig, denn ein Hormon, das Progesteron heißt, du wirst es hier von dem Kanal schon sehr gut kennen, Das hat unter anderem folgende Aufgabe, es stellt die Gefäße in der Peripherie, also körperfern, weiter, werden also größer. Dadurch verringert sich natürlich auch in gewisser Weise der Druck in dieser Röhre. Ganz viele Hormonsysteme, unter anderem auch von den Nieren, führen jetzt dazu, dass vermehrt Plasma, also Blutplasma, zurückgewonnen wird. Das Blut wird also wässriger und was viele Schwangere auch kennen, das Herz-Minuten-Volumen und die Herzfrequenz nehmen zu. Auf einmal hat man das Gefühl, man hat 10 Kaffee getrunken, weil das Herz viel schneller pumpt. Liegt daran, dass das Plasma-Volumen des Blutes zugenommen hat. Das Herz muss also viel mehr Flüssigkeit wegpumpen. Jetzt haben wir aber bei dieser erhöhten Plasma-Volumenanzahl ein kleines Problem, denn das Blut verdünnt sich dadurch. Man nennt das auch eine Verdünnungsanämie. Übrigens auch der Grund, warum ich diesen Hb-Wert, den man früh in der Schwangerschaft bestimmt, völlig absurd finde. Weil natürlich wird er im Verlauf der Schwangerschaft niedriger. Das muss nicht unbedingt was mit dem Eisenmangel zu tun haben, den ja auch viele Schwangere entwickeln, sondern kann einfach Verdünnungseffekt sein, weil das Blut eben einfach verdünnt, gerade jetzt auch in den heißen Monaten. Man sollte also viel lieber den Eisenwert am Anfang der Schwangerschaft bestimmen als den Hb-Wert. So steht es aber in der Mutterschaftsrichtlinie immer noch. Zurück zum Thema. Durch diesen Verdünnungseffekt entsteht im Körper auch ein Gradient vom Blutgefäß zum umliegenden Gewebe. Und der Körper und allgemein Stoffe sind immer bedacht, diese Gradienten auszugleichen. Es soll also immer ein Gleichgewicht hergestellt werden. Wenn jetzt im Gewebe ein Gradient zum Blutvolumen herrscht, dann versucht der natürlich das auszugleichen. Das heißt, sehr viel Flüssigkeit kommt jetzt vom Blut quasi ins Gewebe, um da einen Ausgleich zu schaffen. Und schon hast du deine ersten Wassereinlagerungen. Zweiter Effekt. Durch die Zunahme des Blutvolumens steigt auch der Druck im Gefäß selbst. Das heißt, das Blut drückt gegen die Wände des Gefäßes, sodass hier auch Blut rausströmt, beziehungsweise Flüssigkeit des Blutes rausströmt ins Gewebe. Nächster Effekt. Die Gebärmutter wird größer und größer und drückt dabei auch vor allen Dingen die untere Hohlvene ab. Also ein großes venöses Gefäß. Dadurch staut sich mehr Blut im venösen System zurück. Auch wieder mehr Druck auf die Gefäßwand, mehr Wasser austritt. Und deswegen kommt es in der Schwangerschaft vor allen Dingen auch und bei Hitze, wo dasselbe Phänomen passiert. Wenn ich bei 30 Grad rausgehe, kriege ich so eine rote Bombe im Gesicht, weil meine Gefäße weit stellen, weil mehr Blut dadurch fließt, um eben auch die Wärme abzutransportieren. Mehr Druck aufs Gefäß, dann mehr Wasseraustritt, also auch mehr Wassereinlagerung im Gewebe. Macht Sinn, oder? Jetzt haben wir das alles verstanden. Schön und gut, Herr Wagner. Aber was machen wir denn jetzt dagegen? Das erzähle ich dir nämlich jetzt. Und da gehen wir einfach so vor, wenn wir jetzt verstanden haben, woran es liegt. Okay, wir haben auch ein mechanisches Problem. Dann probieren wir doch dieses mechanische Problem auch mal anzugehen, indem wir Kompressionsstrümpfe nutzen. Die gibt es nicht nur auf Rezept von deiner Gynäkologin, sondern können auch individuell im Sanitätshaus oder auch bei den Apotheken angepasst werden. Auf dein Bein oder auch für die Arme, wenn du jetzt mit den Beinen nicht so viel Problem hast. Aber mit den Armen gibt es die auch für die Arme. Und da solltest du morgens direkt, bevor du aufstehst, diese Dinge anziehen. Das ist bei 30 Grad Außentemperatur sicherlich nicht ganz angenehm. Aber es führt dazu, dass quasi das venöse System, das oberflächliche, komprimiert wird und der Abtransport viel besser von der Flüssigkeit funktioniert. Nächstes Prinzip können wir gleich anschließen, ist ausreichend Bewegung. Tatsächlich, auch wenn du abends das Gefühl hast, nach einem langen Tag Rumlauferei, dass deine Beine so dick sind. Aber die Muskelpumpe, die aktiviert wird, führt dazu, dass auch die Venen zusammengepresst werden durch diese Muskelpumpe. Und dadurch steigt quasi das Blut im venösen System auf. Das venöse System hat so Klappen, damit das Blut nicht zurückfließen kann. Und das Ganze wird über das Herz abtransportiert. Also ausreichend Bewegung ist auch ganz, ganz wichtig. Nächster wichtiger Punkt, das ist immer konträr zu dem, was man denkt. Ausreichend genug und eher ein bisschen mehr trinken. Nicht jetzt irgendwie beginnen, weniger zu trinken, weil du denkst, das fördert die Wassereinlagerung. Das ist genau der gegenteilige Effekt. Sondern achte darauf, dass du genug trinkst, dass du genug Flüssigkeiten zu dir nimmst. Das geht natürlich über Getränke, aber auch über wasserhaltige Speisen. Nehmen wir mal die Gurke oder eine Wassermelone. Ist nicht nur erfrischend jetzt im Sommer, sondern führt auch dazu, dass der Wasserhaushalt aufgepusht wird. Und wenn wir beim Trinken sind, reden wir auch über das Essen. Denn eine ausgewogene und ballaststoffreiche Ernährung führt nachgewiesenerweise dazu, dass es weniger Wassereinlagerungen gibt. Das ist Fakt, denn auch gerade die Ballaststoffe ziehen natürlich viel Wasser. Und das Wasser, was dann quasi im Darm erstmal beschäftigt ist, das fehlt dem Körper für das Gewebe. Also auch hier auf eine gute Ernährung achten. Ein Klassiker aus der alten Medizin, Kneipen oder auch die Wechselbäder. Bedeutet, dass du betroffene Körperpartie, ob es jetzt die Füße, die Hände oder auch das Gesicht sind, abwechselnd in ein lauwarmes bis warmes Wasser taust für einige Sekunden und dann das Ganze in eiskaltes Wasser taust. Und das Ganze kannst du zwei, dreimal im Wechsel machen, auch mehrfach am Tag. Und danach ist ganz wichtig, schön abruhbeln, schön trocken rubbeln, ruhig ein bisschen kräftiger, dass das Gewebe vor Ort gut durchblutet wird. Durchblutung bedeutet wieder auch Abtransport von Flüssigkeiten. Also Wechselbäder auch ein Riesenfaktor. Und am Abend, wenn die Füße und die Beine sehr dick sind und du bist sehr angestrengt, darfst du natürlich auch gerne mal die Füße und die Beine hochlegen. Darfst du nicht nur am Abend, sondern auch mal am Tag, damit wirklich diese Flüssigkeit auch entgegen der Schwerkraft so ein bisschen abfließen kann. Was neben der Leitlinienmedizin natürlich auch ein Versuch wert ist, ist die Akkupunktur kann tatsächlich gut helfen. Jemand, der sich damit auskennt, viele Hebammen haben ja die Weiterbildung, können mal Akkupunktur machen, ob es dadurch auch ein Stück weit zu der Minderung dieser Beschwerden kommt. Jetzt haben wir ein paar Sachen besprochen, die du machen sollst. Es gibt auch ein paar Punkte, die du auf keinen Fall machen solltest. Und zu denen kommen wir jetzt. Bitte, bitte, auch wenn die Oma das vielleicht empfiehlt, keine Entwässerungskuren und vor allen Dingen auch keine Entwässerungstabletten oder Sonstiges nehmen. Die Oma hat es vielleicht durchs schwache Herz, die Wassertablette zu Hause liegen. Hier, nimm doch mal Kind, auf keinen Fall machen. Ganz gegenteiliger Effekt. Das Wasser wird ja nicht aus dem Gewebe rausgeschwemmt, sondern kommt meistens aus dem Kreislaufsystem. Also du schwächst deinen Körper noch mehr. Außerdem sind diese Mittelchen teilweise überhaupt nicht zugelassen in der Schwangerschaft. Also bitte keine komischen Entwässerungskuren jetzt anfangen zu machen. Was du auch nicht machen solltest, das hat mir gerade weniger trinken. Das ist eine Reaktion, die viele haben, ist aber völlig konträr und macht medizinisch überhaupt keinen Sinn. Was auch nicht gemacht werden sollte, das liest du auch im Internet hoch und runter, jetzt eine salzarme Kost zu dir nehmen oder irgendwelche Reiskuren, Obstkuren, dass du am Tag nichts anderes isst als Reis oder Obst. Das bitte mach nicht. Versuch wirklich Normalität reinkehren zu lassen, die Ballaststoffe hochzufahren, das Getränk oder das Trinken ein bisschen hochzufahren und nicht irgendwelche komischen Kuren machen. Das hilft nachgewiesenerweise nicht und kann sogar schaden. Ich kann dich aber beruhigen, diese Wassereinlagerungen gehen auch wieder weg, gerade wenn, sage ich mal, das Mechanische weg ist, das Kind also raus ist, hormonell Progesteron wieder absinkt, dann normalisiert sich natürlich auch die Hämostase und das Kreislaufsystem wieder und dadurch werden die Wassereinlagerungen auch abgebaut. Es dauert manchmal ziemlich lange. Ein alter Chef hat immer gesagt, das Wasser geht schneller rein, als es dann letztendlich rausgeht und das kann man sich auch so hinter die Löffel schreiben, denn nicht ungeduldig werden, wenn nach zwei, drei Wochen das Gesicht immer noch relativ mondig aussieht. Das ist alles normal. Was nicht normal ist, habe ich gleich am Anfang erwähnt. Bitte darauf achten, denn das ist natürlich schon eine schwerwiegende Schwangerschaftserkrankung, die man kontrolliert haben muss. Also all die Symptome, die ich vorhin aufgezählt habe, bitte darauf achten, dass sowas zu den Wassereinlagerungen nicht auch noch auftritt. Wenn dich noch ein Thema interessiert, auch so Klassiker mal wie Wassereinlage und eine Schwangerschaft, dann schreib es mir doch bitte in die Kommentare. Dann kann ich gucken, was für ein Thema passen würde und das dann angehen. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen, erfrischenden, kühlen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.